...drageschön... ...drageschön. ...drageschön, ...drageschön, ...pauli Dolayschis! Wuhuhuhu! Halle! Halle! ...drageschön, Pauli! Musik 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 J� J� Juz J differently J J J J Wuhuuu! Das war's. Wir müssen zu diesem Mal wieder wieder zurück. ... aus Sachsen, Paula Biberleinchen. Wuhuuu! 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 Applaus 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 Das ist der Wettbewerb. Und jetzt geht es um Siegerehrung. Siegerehrung wird durchgeführt von Frau Elke Treiz, der Vizepräsidentin der Deutschen Eislaufunion, von dieser Steinmetz vom Verwandt NRW, Luftfruchtklasse. Ja, der Siegertrag hier ist wie immer nur für drei. Und wer waren nun die ersten drei? Ihr wisst es sicherlich ja schon. Der Erste wurde nach spannendem Kampf Alissa Scheidt aus Freyand. Der Zweite wurde Chiara Thiele aus Sachsen. Und dritte, Paula Nikolaicic, Edelwein Sachsen. Herzlichen Glückwunsch euch drei erst mal. Herzlichen Glückwunsch. Tja, wir haben so gute Leistung gesehen, dass wir auch die anderen weiter ehren wollen. Vierte wurde Annika Hocke aus Berlin. Fünfte, Gnärva Fabienne Hase, ebenfalls Berlin. Sechste, Lea Joanna. Dattich, 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 Entschuldigung, aus Sachsen. Dann sechste, Sophie Anke aus Bayern. Achte, Sina Heliken aus Sachsen. Neute, Dittin Jünger aus Berlin. Willen Jean Saar. Dittin Jünger. Dittin Alex. Dittin Alex.